Musik Andrin, ein Brief hat vor einigen Götterläufen unsere Tore erreicht. Er ist an euch gerichtet und scheinbar von äußerster Dringlichkeit. Andrin, lange ist es her, dass ihr mich in das Kloster Golgarits Gnade gebracht habt. Nun muss ich euch erneut um eure Dienste und die eurer Gefährten bitten. Dienste, die ich nur vertrauenswürdigen Personen auferlegen kann. Ihr und eure Gefährten. Trefft mich am Kloster, sobald es euch möglich ist. Musik Du hast gute Fortschritte gemacht. Eine letzte Prüfung liegt noch vor dir. Ich habe in der ganzen Stadt Steckbriefe von dir verteilt. Gesucht wirst du wegen Diebstahl und Vielweiberei. Entkomme aus der Stadt und du sollst des Meister anerkannt werden. Musik Kord, ein wilder Wolf treibt sich in den Wäldern um die Feste herum. Bring den zur Strecke. Musik Musik Kord, ein wilder Wolf treibt sich in den Wäldern um die Feste herum. Musik Kord, ein wilder Wolf treibt sich in den Wäldern um die Feste herum. Kord, ein wilder Wolf treibt sich in den Wäldern um die Feste herum. Musik Kord, ein wilder Wolf treibt sich in den Wäldern um die Feste herum. Musik Kord, ein wilder Wolf treibt sich in den Wäldern um die Feste herum. Kord, ein wilder Wolf treibt sich in den Wäldern um die Feste herum. Kord, ein wilder Wolf treibt sich in den Wäldern um die Feste herum. Untertitelung des ZDF, 2020